Hey Leute, Freunde und willkommen zum zweiten Video zu WorldStars. Heute im Video werde ich für mindestens eine Stunde Mr. P spielen. Also das Video hier wird wahrscheinlich über eine Stunde gehen. Und nicht nur wahrscheinlich, es muss über eine Stunde gehen. Weil ich habe einen Deal mit einem Zuschauer gemacht. Ein Zuschauer hatte mich sehr viel danach gefragt, ob ich mal Mr. P spielen kann. Und nach so ungefähr 30 Tagen haben wir einen Deal gemacht. Und zwar entweder er muss mich nur 50 Tage fragen und kriegt ein ganz normales Mr. P Video. Oder er fragt mich für 100 Tage und dafür kriegt er ein einstündiges Mr. P Video. Er hat die 100 Tage geschafft. Das heißt, ich muss jetzt eine Stunde lang schaffen. Ich habe mir dafür auch wirklich viel vorbereitet. Also wirklich viel vorbereitet. Weil ich habe Münzen gesammelt. Ich habe Powerpunkte gesammelt, damit ich ihn mir auf Level 11 angucken kann. Beiden Ausrüstungen. Auch jetzt noch genug Kohle über, um mir morgen noch eine Hyperladung anzugucken. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, welche ich mir da angucken soll. Also ich habe viel vorbereitet für dieses Video. Es wird auch nicht uncut sein. Vielleicht zum Ende, die meisten Partien sind ein bisschen uncut, aber es wird nicht uncut sein. Nur kurz Mr. P zu erklären. Das ist nicht mal ein Pinguin. Das ist ein Typ, der aussieht wie ein Pinguin. Aber da ist hinten ein Reißverschluss. Das war damals die Verschwörungstheorie, dass Mr. P Gene ist, der sich ein Pinguin-Kostüm angezogen hat. Da guckt man die Kopfform an. Und jetzt guckt die Kopfform von Gene an. Schon ähnlich, ne? Hört man, wie Gene klingt? Hört man, wie Mr. P klingt? Bisschen noch eine Oktave höher. Aber, äh, ja, das ist die Verschwörungstheorie gewesen. Mr. P kann Koffer werfen. Der kann über Wände springen. Der trifft immer so einen Bounce. Der kann eine Station irgendwo platzieren. Und da kommen kleine Pinguine raus, beziehungsweise Roboter-Pinguine. Jetzt wird Mr. P verstärkt den aktuellen Gehilfs-Robo, in denen er dessen Schaden und Trefferpunkte erhöht. Das war, glaube ich, eine Zeit lang damals, als ich noch gespielt habe, vor vier Jahren. Geisteskrank über Power in der Zeit. Zumindest hat sich der Schlag an gefühlt. In der nächsten Tag erscheint ein schwacher Gepäckhilfe-Robo im Wirkungsbereich. Da kann ich direkt was spawren. Ich glaube, ich will den boosten. Ausrüstung. Die Stärke des Begleiters ist um 25% erhöht. Habe ich ein mythisches Gier geholt. Also einen größeren Angriff. Oder alle Gepäckhilfe-Robos aus der Heimatbasis haben nun mehr Leben. Ich mache mal das. Also ich glaube, das mit mir schade ist. Ich werde einfach den heftigsten Spawn in aller Zeiten machen. Ich weiß auch, also ich gucke es mir auch jetzt nicht zwangsweise in jeden Modus an, ehrlich gesagt. Also langfristig gesehen schon. Aber ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen Hotzone spammen. Weil ich glaube, in Hotzone ist er am besten. Es gibt nicht viele Wände, aber theoretisch schon. Wer natürlich auch neuer ist, darf man gerne ein Abo da lassen. Creator Code, Bartops und Tee. In Epic Games, bei Epic Games. Er ist halt ganz decent. Gegen Werfer, weil ich halt über Wände da werfen kann. Also mein Ziel sollte eigentlich immer der Dynamike sein. Den zu stressen sollte meine Mission sein. Egon heißt der Tick. Liebe Grüße an Egon. Grüß meine Jungs auf Schalke. Ich mach mal nichts, ich mach mal nichts. Ich hätte jetzt theoretisch meinen Pinguin beschwören können. Aber ich glaube, ich wäre trotzdem gestorben. Der Pinguin, der ist geboostet. Der ist jetzt groß. Er ist halt kein reiner Damage-Dialer, ne? Das muss man auch bedenken. So, ich habe meinen Pinguin noch rausgehauen. Der nervt ein bisschen. Der tankt da ein bisschen. Jetzt muss nur mein Teammate da oben das ein bisschen nutzen. Der Spawner lebt sogar immer noch. Du musst dir mal den kleinen. Nein. Halte ich das nicht auch voll? Den kleinen Roboter? Ich meine, der wird voll geheilt, oder? Durch die Fähigkeit. Durch das Getschut. Das war meine ich damals so. Jetzt haben wir eine sehr gute Ausgangslage. Gegner krass auf Distanz. Spawner am Start. Gegner müssen immer zu uns kommen. Ich glaube, wir haben eine Runde gewonnen. Und der Hot Season ist halt sein Ding. Da ist er zu Hause. Allein wie die kleinen Roboter einfach die Gegner nerven. Ja, der kleine Roboter hat gerade ein bisschen... Ja, ja. Er hat nicht mehr so viel gekillt. Der hat immer gekillt. Wir haben es, wir haben es. Ja. Er ist halt ein sehr passiver Waller, ne? Also, du haust ihn raus. Ich freue mich auf seine Hyperladung. Das kann ich mal kurz festhalten. Na, also vom Spielspaß ist er halt nicht der spaßigste. Weshalb das auch vielleicht jetzt ein bisschen Folter ist, wie eine Stunde. Ich muss ja... Ich denke, ich nehme 90 Minuten auf und hoffe, dass ich das runterschneiden kann. Weniger rausschneiden. Ich muss weniger rausschneiden. Ich muss auf eine Stunde kommen. Das ist das Ziel. Wenn ich mit dem Schnitt fertig bin und nicht bei einer Stunde bin, dann muss ich halt danach noch was aufnehmen. Also, wenn ich jetzt hier gleich sitze, irgendwann im Video, und ein anderes Outfit anhab, dann wisst ihr, okay. Okay, er hält sich auch voll, wenn ich jetzt aktiviere. Er wisst ihr, die ursprünglich Aufnahme hat nicht gereicht. Du bist mit einem Heilen, ist gut. Das ist gutes Wissen. Wenn man Pinguin low ist, kann ich den Heilen und damit noch mehr Druck machen. Rikos tot. Ah, die Reichweite ist halt schon wild, ne? Dass er über Wände angreifen kann. Du kannst Gegner halt wirklich krass auf Distanz halten. So. Heilt die mal wieder hoch, den Kleinen, dass der jetzt noch mehr nervt. Selbst wenn die Gegner einfach einen Schuss mehr abfeuern müssen, das reicht ja. Dazu der Boost von 8-Bit. Willow kann auch noch über Wände werfen. Aber die trauen sich jetzt überhaupt nicht mehr nach vorne. Also das ist schon insane nervig. Immer noch der kleine Roboter von eben. So. Ist das Spawner gewastet? Was haben wir gewonnen? Gut. Ja. Ich merke, wie Mr. P einfach für mich nicht der spaßigste Roller ist. Zwei Runden Hotzoon oder drei. Und ich bin schon dabei, okay, das reicht es erstmal für Hotzoon. Kann ich aber nicht machen. Ich werde mal 8 Minuten Hotzoon aufgenommen. Werden wir auf jeden Fall jetzt noch eine Megabox freispielen. Dafür muss ich im Grunde drei gute Runden haben. Also jetzt noch zwei. Und dann habe ich eine Megabox. Das ist ja auch Content. Ich will jetzt hier noch einen Stern, den ich öffnen kann. Übrigens, manche Leute sagen mir, Mano, du darfst das nicht Stern nennen? Entweder Star oder Drop. Ja, was heißt denn? Also natürlich mit einem R zu viel. Aber was heißt ein Star? Was heißt das denn auf Deutsch? Warum soll ich das nicht Stern nennen? Das ist doch sogar ein Stern. Das hat die Form von Stern. Ich verstehe manchmal Kritik nicht. Manchmal kriegst du Kritik, da sagst du, ja, okay, gut, das ist eigentlich ein fairer Punkt. Aber manchmal kriegst du Kritik, da denkst du dir, hä, wo kommt das denn jetzt her? Aber ich werde im Leben nicht mir den jetzt holen für Juwelen, wenn der halt in der Woche für Blinkpunkte erhältlich ist. Also so cool der ist, ich gebe dafür jetzt keine Juwelen aus. Ich hole mir vielleicht den für Blinkpunkte, um mich ein bisschen, also ich denke nach einer halben Stunde werde ich mir diesen Skin holen, um das für mich ein bisschen aufzufrischen. So, welchen Modus ist er noch gut? Wall, Wall eigentlich nicht. Er macht halt kaum Schaden, er kann niemanden vom Ball trennen. Der Spawner auch, ne? Also Mr. P generell, allein auch wie der redet, alles an Mr. P ist primär nervig. Das ist so das Erste, was man findet, wenn man Mr. P sieht, aus meiner Sicht. Ja, ich kann jetzt nicht so viel machen. Ich kann Gegner auf Distanz halten, die Riku tanzt da ein bisschen mit dem Ball, die Jackie macht da ein bisschen Kamikaze, ist halt sinnlos, wenn die Riku nicht mithilft. Wall, Wall wird er, glaube ich, eher so eine lange Geschichte jetzt sein, bis da mal was Großes passiert. Immerhin der Spawner ist so weit hinten, dass du wirklich konstant die kleinen Mini-Roboter immer hast. Und die Gegner sind hinten jetzt so ein bisschen auch reingeschnürt. Das ist auch brauchbarer Schaden, glaube ich. Nur, also, da ist halt kein offensiver Output sonst, der irgendwas macht. Ich kann die Gegner ja runterchippen, wie ich will, auf dem Niveau, wo ich bin. Passiert ja nichts damit. Ihm bitte. Rico, mach dein Super. Die waren alle in der Ecke. Wieso superst du nicht? Rico, mach doch mal bitte dein Super. Rico, bitte nutz doch mal irgendwelche Fälligkeiten, du hast. Ich drehe wirklich durch. Rico, wieso schießt du nicht? Rico, 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 Rico. Wenn das am Ende kein Analog Match ist, raste ich aus. Die Jackie bei mir 0,5. Der andere 4,5. Hat das Super sich aufgespart, als ob das der Ring aus Herr der Ringe wäre. Kein Analog Match. Okay, 20.000 Trophäen. Das ist okay, kann ich verstehen. Weil die meisten Gegner sind ja schon höher. 30.000, 34.000, 28.000. Ja, okay. Dann kann ich das verstehen, der da ein bisschen gefordert war, wenn er bei 20.000 Gesamt Trophäen ist. Aber bei 20.000 wäre ich auch ein bisschen überfordert gewesen in der Lobby. Und Leute halt drin sind, die halt 35.000 Trophäen haben. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich bin ja auch überfordert. Pack mich in den Lobby. Wobei, das stimmt nicht. Ich komme inzwischen auch klar, wenn die Gegner bei 45.000 sind insgesamt. Aber das war mal anders. Das ist ja alles eine Übungssache. Und wenn du halt bei so 35.000 Gesamt Trophäen bist, hast du halt andauernd Gegner, die höher sind als du. Warte, wieso bin ich da so nah gegangen eigentlich? Wenn du über Wände werfen. Roboter, nice. Mach sie fertig. Schade. Aber sie konnte sich nicht... Oh Gott. Sie konnte sich nicht regenerieren und hat Schaden kassiert. Keine Roboter. Mach einen Kill. Halt ihn hoch. Boku hat keine Munition mehr. Mach ihn fertig. Könnte ein Tor sein. Oh, Trickschuss. Na ja, die Spawner machen nicht viel, aber die machen, dass die Gegner ein bisschen Munition verschwenden müssen. Dass die vielleicht sich auch nicht heilen können hier und da. Einfach ein bisschen extra Schaden kassieren. Das ist alles. Und das reicht. Mehr muss er ja nicht machen. Der kleine Robo-Pinguin. Das ist schon mehr als genug. Nochmal einen Trickschuss versucht. Kann man versuchen. Warum nicht? Treffer. Treffer. Können, glaube ich, durchlaufen jetzt. Wenn du mir den Ball zupasst, kann ich wahrscheinlich... Nee. Trotzdem gestorben. Aber ey, der hat sein Ding gemacht. Ja, also... Ich mach's wirklich gerade nur für die Mark hier im Brawl Ball. Nein, 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 nein. Ich hab noch hier gekriegt. Okay, wichtig. Hilfe. Und der stört er jetzt. Der macht der Schaden. Und das war's. Okay. Das ist einfach sehr nervig. Das ist richtig, richtig nervig. Das war jetzt ein Underdog Match. Okay. Die Runde, die sich komplett nach dem gleichen Niveau angefühlt hat, überall. Das war's Underdog Match. Davor, kein Underdog Match. Äh, zwei Spielmodi. Einen noch, einen noch. Juwelenjagd eigentlich, aber Juwelenjagd mag keiner. Ganz zufrieden mit meinem Team, aber das Gegner-Team ist jetzt auch nicht insane. Also, könnte schon gut sein. Eingekühlt. Lucky. Okay, ich hab zumindest aber da unten noch ein bisschen Hilfe. Das ist, ah, 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 Edgar, was ist das für ein Aim? Was ist das für ein Aim? Das ist ein Nahkämpfer. Du musst nur Auto-Aim. Es wär aber auch cool gewesen, wenn der Grey mal... Sorry, die Runde war eh vorbei. Wenn der Grey da auch mal die Bi getroffen hat, das fände ich auch cool, ehrlich gesagt. Das kann doch nicht so schwer gewesen sein, da mal einen Schuss zu treffen. Das kann nicht so schwer gewesen sein, mit Edgar, wenn der in Nahkämpfreich weit ist, zu treffen. Du musst nur den Angriffsknopf spammen. Ich geb's mal als Update durch. Ich hab jetzt 20 Minuten aufgenommen. Ich würd einschätzen, dass das Video jetzt so bei Minute 6 ist, ehrlich gesagt. Nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Und wir sind safe bei Minute 6, 7. Ich hab eigentlich ein recht gutes Gespür für sowas. Äh, wenn wir bei Minute 8 sind, Shoutout mal in Zukunfts-Ich, hab ich das schon gut in Länge gezogen. Okay, mein Team ist nur halbtot und wir haben Zweigen 1. Sehr gut. Lebt. Ja, okay, einfach. Keine Ahnung, was passiert ist. Es sind einfach gestorbene Gegner. Er hat einen Twiple Kill gemacht, dass du... Ich weiß gar nicht, wo der Twiple Kill herkam, aber er hat's gemacht. Ja, gut. So viel dazu. Wir haben jetzt eine Megabox und hier noch einen Stern. Einen super seltenen Stern. Megabox. Was haben wir drin? 4. 44 blicken. 44 Pau-Punkte. 5 Juwelen, warum nicht 44? 25 Münzen. Bühler-Icon. Ich überlege, ob ich mir jetzt schon ein Skin kaufen soll. Ja, komm, gib mir ein Duo-Showdown. Jean? Ja, ne? Ich habe Jean im Team. Aber erst guck doch mal, wie ähnlich die aussehen. Selbe Kopfform. Na ja, das geht wieder in die Kategorie, das ist ein Bot, der übernummert. Der ist so lange stehen geblieben. Das ist safe ein Bot. Das geht wieder in die Kategorie, warum bin ich der Spieler mit dem meisten Pech im World Stars. Part 300. Also wenn es kein Bot ist, cool. Aber wieso, wieso es überhaupt afkamt für 20 Sekunden? Deine Mission sollte übrigens jetzt sein, Gegner runterchippen, damit du den Super auflädst. Weil dein Super ist so ziemlich mit die coolste Fähigkeit, die du hast. Das ist garantiert ein Kill. Und deswegen solltest du das aus meiner Sicht geisteskrank forcieren. Das wäre auch jetzt, glaube ich, cool gewesen, wenn du nach oben geflohen wärst. Und dann rechts, damit wir nicht getrennt sind. Die Runde ist verloren. Die Runde ist komplett verloren. Wir werden bestenfalls Dritter. Ah, Mist, ich hätte meinen Spawner noch beschwören sollen. Der Boss. Das war nicht so bossig. Der Name ist insane. Dass du Jean spielst, ist cool. Aber wenn ich Geld drauf verwetten würde, würde ich sagen, dass du mit der Aufmerksamkeit nicht ganz in der Runde warst. Weil dir gar nichts gestimmt. Ich habe jetzt eine B. Okay, so. Da oben müssten ziemlich tot sein. Aber da wir getrennt sind, bin ich vielleicht auch ziemlich... Ah, okay. Vielleicht der Laufweg von mir. Dass wir uns getrennt haben, war aus meiner Sicht das größte Problem. Aber schlechter Laufweg von mir. Und da ist der Spawner auch echt gut, weil der macht ja auch nach wie vor Stress. So. Die ist ziemlich tot, die B. Die B. Nice. Mal hin. Ich mache da unten Fress. Sich nicht zu uns trauen. Zack. Ich kann jetzt noch zweimal boosten oder unten. Ey. Gutes Matchup eigentlich. Da ist jetzt kein Gegnerteam, was super. Nice, Messi. Du bist es. Du bist es. Du bist es. Du bist es. Musst du mal den Roboter? Nice. Danke, Messi. Hat mich original gicarried. Ich bin gestorben, ist am Leben geblieben, hat Kills gemacht. Ich war am Ende nur da, um abzustorben. Da kam ich mir noch eine Runde mit Messi. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, weil ich bin jetzt bei 26 Minuten der Aufnahme und ich weiß mit vollem Herzen, dass wir höchstwahrscheinlich gerade bei 10 Minuten sind. Und ich muss auf eine Stunde kommen. Ist aus meiner Sicht ein Problem. Gleich mal ins Vorne. Nice. Oh, die sind getrennt. Perfekt. Hilfe, 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 Hilfe. Danke, du bist es. Nice. Ich habe einen Spawner weggemacht, aber ich hole mir gleich einfach einen neuen. Jetzt, aber ich will den ins Gras platzieren, damit der zumindest ein bisschen undercover ist, nicht so ganz offensichtlich ist, wo der ist. Der deckt ja auch Gegner auf. Das ist ja auch gut. Das heißt, wenn ein Gegner close ist, spottet er den für mich. Ich nehme mal den Boost. Nice. Gut sehen. Oben werden gehandelt. Jetzt nicht ganz nach da unten kommenden, das wird die einkesseln. Verfliehen, ne? Sich vielleicht klauen. Riskant, riskant, riskant. 2, 1, Risiko. Okay, bin weggekommen. Nice. Sehr gut, sehr gut. Das war zu viel Risiko eigentlich, aber nicht mit. Adam. Jetzt muss ich mal ein bisschen regenerieren. Pearl ist halt eklig, ne? Pearl ist stark. Ich brauche auf jeden Fall auch gleich einen anderen Spawner. Mal pusten. Alter, alleine mein kleiner Robot hat gerade, glaube ich, fast einen Kill gemacht. Kann das sein? Und es ist nur eine Katze. Oh, warte. Oh, warte. Ich bin so schlecht, ne? Ich bin so schlecht. Ich hätte nur eine Sekunde noch leben müssen. Ich wollte die Polar killen unbedingt. Sorry. Mess ich noch eine Runde? Alle guten Ingesen drei? Schade. Ich muss was Neues fühlen. Gib mir den. So. Ich muss was Neues fühlen. Goldenes Kawaii. Ich habe einfach was Neues gebraucht. Es tut mir leid. Du, Shodan, war aber eigentlich ganz lustig. Ich gehe mal nach Knockout 5 gegen 5 und ich hole gleich einfach mal Dirk. Ich halte gleich einfach mal Dirk in die Kamera. Ich muss ja irgendwie auf eine Stunde kommen. Passt du den Modus übrigens. Aber das habe ich gestern auch im Livestream gesagt. Und zwar, wenn ich einen Grawler schnell auf 1000 pushen möchte, dann würde ich vier Profis fragen, ey, was ist das denn? Zwei AFK-Gegner? Dann würde ich vier Profis fragen, ey, lass mal 5 gegen 5 spielen und ihr carriert mich. Weil leichter kannst du dich ja nicht carrieren lassen. Weil die wenigsten werden ja ein Fünferteam haben. Und dann kannst du einfach halt komplett getragen werden für so eine Runde. Ach, dumm gestorben. Okay. Ich hole mal kurz Dirk. Einmal hier. Das ist Dirk. Der ist Türsteher. Und einmal hier. Das ist ein flauschiger Pinguin. Kein Flaches. Also er ist nicht dick. Wir haben die Runde verloren, ne? Theoretisch, ne? Ein gutes Frank-Super. Könnte die Runde komplett drehen. Äh, Frank ist aber der Erste, der gestorben ist. Jetzt habe ich halt Gurke 1, Gurke 2, Gurke 3 und Gurke 4 noch. Besonders ich bin auch eine Gurke. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie Leute diesen Modus freiwillig gerne spielen. Ich finde den so furchtbar. Guck mal, da unten ist ein Gegner. Alleine. Wir sind zu dritt da. Was machen meine Teammates? Die ziehen sich zurück. Wir hatten eine 3 gegen 1 Situation. Wo zieht ihr euch denn hin? Auf was wartet ihr? Ich verstehe nicht, wie man diesen Modus feiern kann. Der ist absolut die Hölle. Ich mache irgendwann mal ein Ranking, wo ich, kurz wird zumindest, wo ich alle Spielmodi bewerte. Ich würde den so zerreißen, den Modus, ne? So, boosten. Ich bin noch gestorben. Ja gut, Rico hat da auch nicht einen Kill gemacht. Also, der hat wirklich einen Kill nicht gemacht. Vielleicht ist der auf ganz hohem Niveau cool, ne? Aber auf den meisten Casual-Niveaus ist das einfach scheiße. Ist das einfach eine der dreckigsten Spielmodi in der gesamten Spiel. Das ist einfach Müll. Alleine auch die Spielmechanik. Dass du stärker wirst, wenn dein Team besonders scheiße ist. Und der Rico war noch mit der Beste aus meinem Team. Der hat 70.000 Schaden gemacht. Der Beste aus meinem Team. Na ja, der Rico. Hat es nicht geschafft, einen Kill zu konfirmen. Okay, lass mal kurz nochmal eine Side-Quest starten. Wer ist der beste Mr. P-Spieler in Deutschland? Ich will einen Namen hören. Lakras. TH August. 1400 haben die den. Okay. Und Lito, was kann der sonst so? Oh, der hat mehrere auf 1500. Wenn das irgendein Profi ist, keine Ahnung. Kann bestimmt sein. Und Tobi hat auch einen auf 1500. Den kenne ich, glaube ich, sogar. Kurzer Check. Bin ich immer noch in der Top 1000 mit der Krabbe? Ganz 680. Das wird sich ändern, sobald alle den haben. Ich beginne jetzt, glaube ich, dann mal... Sorry, wir machen kurz mal eine Runde, die Juwelenjakt. Wenn ich das Video jetzt richtig gestreckt habe, sind wir jetzt bei 13, 14 Minuten übrigens. Wenn ich mehr geschafft habe, Shoutout. Wie soll ich auf eine Stunde kommen? Was habe ich mir dabei gedacht bei diesem Deal? Ihr Beck feiert so hart. Uncut-Partie. Sieg und Nillager. Ich brauche mal Uncut-Partien. Die ist Uncut. Egal, was hier passiert. Jetzt kommen ein paar Uncut-Partien für jeden Modus. Ich muss ein paar Meter machen. Also, das geht ja nicht anders. Vielleicht sind ab jetzt sogar alle Partien, die ich gewinne, Uncut. Oder auch verliere. Keine Ahnung. Aber ich... Das geht nicht. Ich muss... Ach nein, die verlieren wir jetzt ja. Eben wenn ich sage Uncut-Partie, wird das eine richtig geisteskranke Niederlage. Und die ist nicht Uncut, weil ich euch das dann nicht antun möchte. Das ist jedes Mal. Kann man die Uhr nachstellen. Sorry, ich habe Auto-M-Kartier-Trottel. So. Bau sammelt ein. Gut, kleiner Roboter. Leben nochmal nachhusten. Hat Stress gemacht. Hat Stress gemacht. Gut, wir haben einen Nahkampf-Dynamic. Oder verschuhe ich mich? Ne, wir haben einen Nahkampf-Dynamic. Okay. Genauso... Oh, sorry, ich habe einen eingesammelt. Genauso muss man ihn spielen. Ich bin tot. Ich bin ziemlich... Ich habe... Sorry, ich habe nach oben geguckt. Und habe gar nicht mitgekriegt, dass der Riku mir einfach fünf neue Löcher in den Körper reingeschossen hat. War eigentlich ein bisschen anders gerade. So, der ist jetzt aber tot. Elbe gewinnt es wahrscheinlich sogar. Uh... Warum sage ich sowas? Warum sage ich sowas? Komm, geboosteter Pinguin, mach sie kalt. Uh... Hast du echt gekühlt? Loll. Solange der Bo lebt, ist alles gut. Alles ist gut, solange du wild bist. Nice, let's go. Wir haben eine Ankampf-Partie gewonnen. So, das waren doch jetzt bestimmt 60 Sekunden-Content. Let's freaking go. Noch eine Runde und ich habe die erste Meisterung. Uncut-Hotzone. So, und Hotzone ist er halt wahrscheinlich am besten. Wo bin ich am Ende vom Video? Möchtest du jetzt eine Stunde irgendwas push? Ich bin doch damit Mr. P am Ende irgendwie bei 700 Trophäen, 600... Ne, 600 irgendwas. Ne, und er ist natürlich auch stark. Aber ich bin ja der Meinung, wenn du auf Casual-Niveau bist, brauchst du einen Brawler, der halt absolute Carry-Möglichkeiten hat. Also, es meint sich Möglichkeiten, halt alle Gegenden nacheinander zu killen. Das hat er ja nicht so richtig. Also, er kann halt sehr gut nerven. So, das kann er. Wenn das als Kompetenz reicht für irgendwas, cool. Aber er ist primär halt einfach nervig. So, jetzt haben wir aber die Konstruktion über die Mütze. Griff hat da noch ein bisschen kassiert. Da oben kommt jetzt ein Frank. Ich fange mit dem mal. Weil er ist ein Problem. Ich kann nichts mehr machen, außer zu nerven und Schaden machen. Und sterben. Dumm sterben, dumm sterben. Ne, aber ich kann nichts mehr machen. Ich kann gucken, dass fast alle meine Treffer Kills sind. Bestenfalls. Bestenfalls auch Double Kills. Also, Double Kills, Double Hits. Und dann hat er schon das Limit erreicht von dem, was ich machen kann. Weil sein Schaden ist halt nicht so ein Hände. Er ist halt nerviger Brawler, ne? Er ist nervig. Nochmal den Boost. War zwar Full Life, aber... Bestes Braught Kills. Nice. So. Jetzt ein Double Hits. Doppelter. Nicht Doppelter. So. Also, das auch. Aber Doppelter ist ja kein richtiges Wort. Schlussabgeschwürzt. Perfekt. Die Runde können wir gewinnen. Wir hatten gerade Kontrolle über die Mitte. Wir haben die Gegner aus der Mitte vertrieben. Ich hab einen Stern gekriegt. Also haben wir gewonnen. Wenn du gekickt wirst, machst du nicht plus 8 wie alle anderen, sondern du machst nur plus 1 oder so. Was aus meiner Sicht ein bisschen unfair ist. Weil ich war ja gut. Ich hab ja das Spiel nicht geschlossen aus... Irgendwie... Boshaftigkeit oder so. Anni Kilo. Safe kein echter Code. Als ob! Spanische YouTube-Kanäle auch so wild. Der hat 3 Millionen Abonnenten und macht so 10.000 Aufrufe pro Video. Der ist wie ich. Er ist aber bei 50.000 Gesamt-Trophäen. Das ist doch echt gewesen. Krass. Und genau in der Runde werd ich rausgekickt. Das ist von der Abonnentengröße ja so, als hätte ich jetzt mit Palut eine Runde gespielt. Generell der spanischsprachige YouTube-Bereich ist so groß. Der gibt so viele Kanäle, die du noch nie gesehen oder gehört hast, die wirklich Millionen Abonnenten haben. Also richtig, richtig krass. Der deutschsprachige Bereich ist ja gar nichts. Wo wird Deutsch gesprochen auf der Welt? Das ist ja gar nichts. Im Vergleich zu spanesprachigen Ländern. Oder sogar indischsprachigen Ländern. Halt Indien. Indien ist auch richtig, richtig krank, was YouTube angeht. Aua, 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 aua. Okay, war dumm von mir. Gegen eine M, was ich an der Wand kuscheln, immer eine falsche Idee. Zumal ich über Wände angreifen kann. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Okay. Ja, dann mach ich den mal. Mach ich den wohl. Okay, nice. Okay. Gut. Ich kann das halt, vielleicht mach ich da auch so ein Kurzvideo, dass ich mit dem in der Runde war. Aber ich glaub, so spannend ist es jetzt auch nicht. Aber ey, vielleicht bin ich ja bald bei einem 3 Millionen Abonnenten-YouTuber im Video. Vielleicht nimmt er das hier auf, die Runde. Warum auch immer der das aufnehmen sollte. Aber muss ganz schön schön sein, ein Crater-Code für Brawl Stars zu haben. Oh Junge. Das kann ich mir sehr schön vorstellen. Das wär bestimmt ne tolle Sache. Robo-Boosten. Der ist so nervig, ne? Wenn der Robo mal geboostet ist, ist der so nervig für die Gegner. Okay. Ja, also ich bin gerade so ein bisschen in der Trance, wo ich einfach von Runde zu Runde springe. Und eines Hide-Quests nach der nächsten anfange, ne? Das gibt mir die Münzen. So, lass mal kurz. Es muss ja nur Mr. Peebee. Sonst ist immer noch Mr. Peebee. Lass mal kurz das Hide-Quest starten, die ich nenne. Welche Überladung soll ich beim nächsten Mal spielen? Weil ich hab ja schon ne ganze Menge. Aber es gibt die Philipp Roller, die eine haben, die ich mir noch nicht angeguckt hab. Riko zum Beispiel. Da hab ich ja sogar diesen tollen Skin. Wo hat Riko? Riko an sich nicht so spannend. Die Krähe fänd ich persönlich sehr spannend. Weil der halt in Tresor-Raub insane ist. Ich würd mir das gerne mal selber angucken, wie stark er wirklich ist. Also das wär für mich mein Favorit, stand jetzt. Amps fänd ich auch interessant, aber einfach nur, weil's neu ist. Ich glaub, so stark wär das nicht. Das wär eine, die würd ich mir holen, mir einmal angucken. Aber Amps, glaub ich, nicht viel spielen. Ähm, Deinemike hab ich ja schon vorher mal Werbung für gemacht. Deinemike kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, weil du damit einfach ein absoluter Berserker sein kannst. Ähm, fänd ich auch cool. Aber mögt ihr nicht so? Ne, könnt ihr mal einfach euren Vorschlag in die Kommentare schreiben. Hult finde ich generell ein bisschen langweilig. Ist auch die Überladung ein bisschen langweilig. Hult, glaub ich, auch ein bisschen langweilig. Ed Gehasst die alle, brauch ich gar nicht nachzufragen. Leon mit der Unsichtbarkeit ist auf casualem Niveau, glaub ich, extrem langweilig. Das funktioniert gar nicht, aber, ne, ihr könnt immer einfach irgendwas in die Kommentare schreiben. Bell finde ich auch langweilig. Ähm, ne, also irgendeine Überladung gucke ich mir an. Die Frage ist nur welche. Da gibt's auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten. Angelo will ich schon mal ausschließen. Ich mag Angelo nicht. Okay, Sidequests vorbei. Wir gehen jetzt mal nach Knockout. Wenn die Sidequests kicken, bin ich jetzt bei 20 Minuten. 25 Minuten. Wenn die Sidequests viel Zeit in Anspruch genommen haben. Das ist super spannend. Also wenn ich es am Ende schaffe, wäre ich Happy. Happy hieß übrigens der zweite Hund, den ich damals hatte. Random Hundefact. Ich bin ja mit Hunden groß geworden. Und ist da einer? Ist da einer? Und mein erster Hund hieß Kelly. Und der zweite Hund hieß Happy. Happy war sogar die Tochter von Kelly. Hey, Hunde, Hunde-Lore. Oh, das. Nein, 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 nein. Sorry, sorry, sorry. It's my bad, it's my bad, it's my bad. Ich war so richtig verträumt. Ich dachte, wir haben den oberen Bereich. Aber haben wir halt nicht. Sorry, ich war wirklich jetzt ein bisschen verträumt. Schade, dass du das Krokodil nicht finishen konntest. Aber was letztlich auch egal. Wäre es Head-Up 1 gegen 3. Da kann er sich nicht viel vorwerfen. Sorry. Ich war so ein bisschen im Blindflug. Ich war ein bisschen in Nostalgie gefangen. Auf einmal war mein Team tot. Beziehungsweise Karl war tot. Okay. Bewusst. War Schaden an Jessie. Die muss ein bisschen kassiert haben. So, da helfen. Karl kommt weg. Mir jetzt helfen. Will weg. Perfekt. Müssen wir killen, müssen wir killen, müssen wir killen. Warum auch immer der die Rambo und uns reingesprungen ist. Keine Ahnung. Er hatte bestimmten Gedanken, der war halt wahrscheinlich nur nicht klug, der Gedanke. Da oben sind zwei. Puste wieder. Was ein bisschen gewasted ist, aber Hilfe, Hilfe. Wie kann der mich, ach so, was Squeak AfKa ist. Nennt mir einen Spieler, der mehr Pech hat als ich. Nennt mir einen Spieler, der häufige AfK-Teamers kriegt. Oh, was macht man? Warte. Gewinnt man, gewinnt man keine Roboter die Runde? Fast. Er hat aber Stress gemacht. Ey, ich hab noch nach dem Tod geholfen. Let's go. Er ist es. Er ist es. Immer nach Solo-Showdown. Was ich mir übrigens wünschen würde von der Hyperladung. Ich will, dass die genauso funktioniert, wie die jetzt funktioniert. Ich will nur, dass der halt einen absoluten Monster-Pinguin beschwört. Wenn Nita mit ihrer Hyperladung einen richtig krassen Beeren beschwören kann, dann will ich, dass Mr. P einen richtig krassen Pinguin beschwören kann. Der soll insane sein. Mir egal, ob das dumm ist, unkreativ ist. Das ist eine Hyperladung, da sage ich, ey, Unkreativität, her damit. Hätte ich Bock drauf. Amber. Auf dich hab ich auch Bock. Äh, jo, danke für den Treffer. Okay, da weißt du aus. Warum? Äh. Jetzt. Komm ab. Immer das tut er. Ich hoffe, da ist einfach keiner im Busch. Weil ich nicht. Das machen wir super irgendwie. Können wir uns darauf einigen, dass ich mal super kriege? So. Ey, jetzt treffe ich aber auch. Pass auf, Piper, das ist eine Amber im Bus. Die killt dich jetzt. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt, ich konnte nicht mehr machen. Keine Zeit für Erklärung. Ich hab trotzdem eine Erklärung versucht zu finden. Klar. Ich hab wirklich die gesamte Runde über ein Privatduell mit der Amber, bis ich mal irgendwas aufladen kann. Ey, wie sind die Schüsse jetzt auf einmal so unpräzise? Ich dachte, das ist eine riesige Explosion. Der trifft ja nicht. So, jetzt. Ja, danke. Okay. Spawner. Wir sind zu weit hinten, aber ist mir egal. Die One-Shot den. Okay, das endet eine Menge. Wo ist denn? Weiß nicht. Sehr gut. Fünfter. Wenn Max zu mir kommt, bin ich wahrscheinlich... Okay, ich wär wahrscheinlich tot gewesen. Bei der Amber hab ich ein bisschen Respekt, weil der hat ein bisschen Aim. Ein bisschen Movement. Die Verladung gezückt worden. Oh, das ist doch... Äh, äh, Spawner, um noch zu nerven gleich. Post tot. So, post tot. Post tot. Amber gewinnt die Runde. Schlechtes Setup. Er ist Level 10, du bist Level 3, aber du hast Aim und Movement. Die hat sogar echt noch geholt. Die war gut. Die Amber. Die war safe von den Gesamt-Trophäen bei 50.000 noch ungefähr. Ja. 50.000 fast. Wie kannst du dann so stabiles Movement haben? Versteh ich nicht. Soll ich Solo schon spielen, was ich gewinne? Also das Verlangen nach einer weiteren... Nach einem weiteren Skin wird größer, ehrlich gesagt. Soll ich all meine Blimpunkte einfach jetzt wasten? Mr. Fly. Ich find Fliegen... Ich hatte übrigens vorhin eine Fliege an der Fensterscheibe. Und ich hab original 10 Minuten gebraucht, um die rauszukriegen. Weil ich bin, was sowas angeht, sehr tierlieb. Ich will die dann nicht töten. Und die ist einfach immer... Die ist immer geflohen. Ich wollte die gefangen nehmen. Ich wollte die auch nicht kaputt machen. Ich musste so kämpfen, um die rauszukriegen. Aber ich musste das Fenster ja auch schließen. Weil es ist halt einfach Sommer. Es ist irgendwie 30 Grad. Ähm. Ne, ich will keine Scheißfliege. Sorry. Silberskin. Geldverschwendung fällt weg. Na gut, dann hab ich keine andere Möglichkeit, außer weiter mit Mr. Peace zu spielen. Gib mir doch mal Solo-Showdown. Ich hab jetzt übrigens 54 Minuten aufgenommen. Und ich glaub, das ist die Halbzeit für mich. Es klingt hart, aber ich glaube, das ist die Halbzeit. Wir sind bei... 23 bis 27 Minuten sind wir. Ich kann ja nicht Geld drauf wetten, aber ich würde sagen, wir sind bei 23 bis 27 Minuten. Also ich kann Geld drauf wetten, aber warum? So, killt euch gegenseitig... Killt, wieso? Das verstehe ich nie, ne? So oft hast du ein Setup, wo die sich gegenseitig killen könnten. Und die machen es einfach nicht. Wie soll ich denn so jemals Powerpunkte kriegen? Hä? Ist da nicht noch einer? Mich killen sie natürlich instant, sobald sie mich sehen. Aber wenn die mal einen anderen Gegner sehen... Ne, ciao, ich hau ab. Kein Spieler, der mehr Pech hat in diesem Spiel. Plus, das war auch jetzt sehr viel Unfähigkeit. Kann man nicht schon reden, das war Unfähigkeit. Ich denke, wenn ich so Level 4 bin... Easy win. Einmal Level 4 sein... Easy win. Die killen sich da oben, aber auch nicht gegenseitig übrigens. Will ich kurz nochmal reinwerfen. Das bin dann nicht, der den Kill macht. Richtig schlecht mit der Ausnahmslage, weil da unten ist ein Rico noch. Ich kämpf jetzt quasi gegen mich selber. War verdrängt. Null. Okay, du hast die Kiste noch abgezahnt. Okay. Hier. Der Rico hätte aus meiner Sicht... Hier unten warten müssen... ...und dann abstoppen. Das war so ein gemachtes Wett für ihn aus meiner Sicht. Hatte einfach keinen Bock drauf gehabt. Du bist tot. So. Spawner. Hier hin. Und jetzt gucke ich, ob er Gegner spottet. Und dann gucke ich, was ich damit anstelle. Ja, weil er hat ja... ...einfach eine Map in seinem Kopf. Der findet die Gegner für mich. Oh, der ist sogar halbtot. Kann ich nicht hin, kann ich nicht hin. Surge, zu gefährlich. Ist halt einfach so. Surge, zu gefährlich. Der ist aber eingesperrt, weil der wird ja rechts noch abge... Hä? Bro. Da war rechts ein Gegner zu sehen. Der hatte sein Super kurz gedrückt. Statt aber Surge zu Surge Partien, versteckt er sich wieder. Warum? So, ich will kurz wissen, wer das ist. Im linken Busch. Da unten, genau. Wer bist du? Ne, Jackie. Ja, okay, da verstehe ich es ein bisschen. Aber das war die beste Chance von Jackie, den zu killen. Ich verstehe Beholzverspieler nicht. Ich verstehe die einfach nicht. Ich verstehe nicht, was deren Gedankenprozess ist. Kann ich einfach nicht nachvollziehen ganz oft. Wo ist denn die Winning Mentality von einigen Leuten? Das ist immer der Satz, den Schalkes Trainer gesagt hat. We need a team with a winning mentality. Das ist halt ganz lustig, weil der hat das immer gesagt. Und dann hat Schalke halt gegen irgendein Billigklub irgendwie 5-0 verloren. Mein Team doesn't have a winning mentality. Guter Trainer übrigens. Bin gespannt, wie die Saison wird. Ich hoffe, dass das Team jetzt eine Winning Mentality hat, diese Season. Weil ein bisschen Gewinnen wäre cool. Ich hätte gerne ein Schalke-Team mit einer Winning Mentality. Ich komme weg mit 130 Leben. Mach mal jetzt einfach hierhin. Ohne echt so in der Kiste. Aber ist mir egal, ich will Blut sind. Mein Blut, wenn ich so weiter mache. Du bist tot. Nice. Perfekt, 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 perfekt. Nice. Das ist wirklich perfekt für mich aufgegangen. Der Rikert mir noch mit so ein bisschen Leben überlebt, dass er den Geln noch ein bisschen nerven konnte. Rechts war meine ich eine Kiste. Ja, da komme ich glaube ich nicht mehr ganz hin. Ich versuche es mal. Ne, da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Okay, vielleicht hätte ich es geschafft. Aber war mir zu viel Risiko. Rechts ist einer. Versuchen wir mal zu finden. In der Mitte sind noch saufleckisten. Kann das sein. Klappen wir die jetzt einfach. Ne kleine Roboter hat was gemacht. Schaden, ich habe mich mal super aufgeladen. Wo ist einer im Busch? Hi, so. Ne Jacky, okay. Warum sind Jackys so Feiglinge? Die davor war ja auch schon Feiglinge. Was ist denn mit Jackys los? Jackys müssen eigentlich Balls haben aus meiner Sicht. Die müssen Gegner sehen und dann nach vorne schnellen. Auto-Ein war dumm. Aber die Jackys hier, Feiglinge. Weird. Ich schnappe mir ganz entspannt den Cube mal. Die Kist lasse ich noch liegen. Einfach als Schutzschild. Geht zu meinem Spawner unten. Autsch. Ah, der Spawner ist sogar weg. Bus. Nein, 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 nein. Meine Schuld, meine Schuld. Ich habe mich viel zu überlegen gefühlt mit dem Schutzschild. Ähm, okay. Das war jetzt von der Beat zum Beispiel. Ey, sie ist nach vorne gegangen. Das war kein Feiglings-Move. Die Jacky-Welt noch oben hocken geblieben. Stunde aufgenommen. Interessant, wo wir jetzt stehen. Stunde aufgenommen. Wenn ich ab jetzt einfach alles uncut mache, wird das nicht secure, dass das Video eine Stunde geht. Aber ich kann nicht, ich kann nicht jetzt alles uncut machen. Das geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das Video auch theoretisch strecken, in den ich meine allererste Mr. P-Runde zum Ende reinschneide. Kann ich ja auch einfach machen. Es muss nur ein einstündiges Mr. P-Video werden. Das, was ich mache, ist ja irrelevant. Ne, das ist... Da gibt es ja Lösungsansätze. Da unten? Nein. So. Hi. Perfekt. 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 Level 6. Perfekt. Perfekt. Wenn ich die Runde jetzt auch verliere, das ist brutalste Unfähigkeit. Das ist ein Pflichtsieg. Weil mehr Level kannst du ja quasi nicht haben. Kleiner. Nico. Ja, wir haben wir. Tod. Ich habe leider meinen Super noch nicht aufgeladen, aber mit Zinc Cubes der kleine Roboter, der wird so stark sein. Weil er levelt hier auch mit mir mit. Wenn ich stärker bin, ist der auch stärker. Piper willst du wissen? Danke. Danke, danke. Perfekt, Piper. Mache den mal originalen Limit für den kleinen Spawner. So, und Piper ist ziemlich tot. Das sind Leon, was das denn? Oh, beiläufig sind wir. Okay, haben wir gewonnen. Ich glaube, ein Spawner, ich glaube wirklich der kleine King-Genossen Spawner könnte ihn killen. Oder? Ah, okay, nicht ganz. Fein. Aber ich war ein bisschen overleveled, das war schon gut. Ich hatte sehr, sehr viel Glück in der Runde. Ich habe gerade, so fertig bin ich mit den Nerven. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich als Sidequest Mr. P zeichnen soll. Aber ich glaube, ich finde nicht die coolen unterschiedlichen Blautöne, weil es ist ja eigentlich leicht. Du machst einen Kreis, dann machst du einen kleineren Kreis, der so ein bisschen oval ist. Dann machst du da oben das hin. Ich glaube, Mr. P ist sehr leicht zu zeichnen. Gib mir Duelle. Gib mir Duelle, warum nicht? Komm, wir machen Duelle mit Mr. P. Wir machen mit jedem, der ein rundes Gesicht hat. So, wir haben jetzt hier ein Team mit einem komplett runden Gesicht. Duelle. Ich muss irgendwelche Spielmodi und Sidequests finden, die ins Video passen und das Video sinnvoll gestalten. Ich zeichne gleich Mr. P. Ist mir egal, ob das nicht zum Video passt. Nein, ich kann es. Wenn ich zeichne, mache ich es ja mit Zeitraffer. Es werden dann vielleicht 20 Sekunden vom Video. Ich muss nicht 20 Sekunden strecken. Vielleicht als Kurzvideo. Aber ich weiß nicht, wer das gucken sollte, wie man schlecht Mr. P zeichnet. Warum denke ich darüber so viel nach gerade? Weird. Er ist im 1-Gin-1 gegen ein Deinameik, aber, ja, okay. Er ist gut, bis er betäubt wird, aber er ist, okay, so gewonnen. Er ist nicht schlecht, weil er kann dir wirklich einen sehr großen Bereich immer abdecken, wenn nachher noch der kleine Pinguin kommt. Also, gibt schlechtere Brawler im 1-Gin-1. Jetzt habe ich den Spawner. Ich setze das Gadget glaube ich mal nicht ein. Aber nervt glaube ich auf jeden Fall. Unten. Unten. Ich glaube, jetzt hat es nämlich eigentlich. Ja, ja, ja. Oh. Ich kenne mal, Mr. P ist Him anscheinend. Him 1-Gin-1. Er ist der Beste. Gut zu wissen. Nee, Bibi ist doch auch ein komplett easy-Snack. Ich kusse ihn jetzt mal. Oh, den Kopf noch zu hüten, ist natürlich... Ist natürlich geistkrankt rum. Ich mache mal den da oben hin. Warum regenerierst du nicht? Okay. Ist einfach gratis gewesen. Dankeschön. War einfach gratis. Ich mag Duelle halt nicht, weil du machst nicht so viel Plus. Plus 4 habe ich jetzt gemacht. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Habe ich jetzt 6 gemacht mit dem Siegesmultiplikator? Ich mag Duelle nicht. Das tut mir leid. Das ist für mich halt einfach nicht ein spaßiger Spielmodus. Alle Sterne abgeholt. Die Rangmodus geht übrigens auch nicht. Die Season ist zu Ende gegangen. Trotz der nächsten Season. Schnellfeuer, Heilungsbrise, Züge... Was ist denn das? Alle Ziele des Spielmodus werden doppelt schnell erreicht. Oh, das ist gut. Das heißt, die Spielmodi sind kürzer einfach so gesehen. Das könnte gut sein zum Puschen. Gewillenjagd. Da fangen wir nach einer ganz normalen Map aus. Und Knockout-Tageskneedaten. Ich gehe mal rein. Fragezeichen-Map. Gebt mir eine Fragezeichen-Map. Die drei Fragezeichen. Justus Jonas. Peter Shaw. Bob Andrew. Ja, das sieht auf jeden Fall nach einer fangemachten Map aus. Gott, wir sind doch speedy. Das sieht nach random Kacke aus, was hier einfach gemacht wurde. Hier wurde random Kacke hingemacht. Ja, okay. Wow. Ist mein kleiner Pinguin auch speed geboostet? Doch, ich glaube schon. Wow. Okay, das ist... Ich muss sagen, ich finde es eher anstrengend zum Zugucken. Weil alles so schnell passiert hier. Es ist eher kategorisch anstrengend aus meiner Sicht. Oh, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Äh, aber warum nicht? Ich bin so verwild. Äh, oh my god. Es ist einfach... Ich mach den Swann immer hierhin. Einfach nur just for fun. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin nicht... Wie kann ich nicht sterben, Leo? Und du standst in mir drin? Das zimuliert einfach von links nach rechts, ne? Ist das dämlich. Das war aber genau das, was ich erwarte. Und sowas. Äh, very nice. 70 Minuten aufgenommen. Ich muss noch 20 Minuten und dann beten, dass ich auf eine Stunde komme. Ich hab auch schon geguckt, ob ich auf irgendein lustiges Mr. P-Video reagiere. Aber ich hab kein lustiges gefunden. 37.000 Gesamttrophäen. Als nächstes Powerpunkte Münzen. Ne, also... Ich bin doch wirklich am Brainstorm. Ne, was konnte ich mit ihm machen? Was cool wär. Irgendeine coole Challenge. Hehe. Es war wirklich ein Fehler zu sagen, eine Stunde zu machen. Es ist... Also, wer sich das bis hierhin angeguckt hat, der soll mal bitte Orangensaft in die Kommentare schreiben. Wer das Video bis hierhin geguckt hat, Orangensaft. Weil dann weiß ich, ey, du bist ein... Du bist ein krasser Zuschauer. Du guckst sogar die Videos, die so ein paar Hängepartien haben. Orangensaft. Ne, einfach mal... Einfach mal schreiben. Vielleicht auch gar nicht, äh, einfach nur ein Wort Orangensaft und vielleicht in den Satz integrieren. Ich hab heute Orangensaft gefrühstückt. Orangensaft mag ich nicht so. Irgendwie sowas. Das wär, äh, sehr OG. So, das wird zeigen, ey. Ich guck Videos bis zum Ende. Mächtig. Wir müssen auf die Krabbe achten, weil sobald die Krabbe ne Stufe höher ist, ist sie schon gefährlich. Die soll noch auf der letzten Stufe, also die ist halt noch kacke, hat sogar den Dash. Okay, das ist kein Problem. Wir werden die Runde gewinnen, bevor die auf die Stufe 3 kommt. So wie die spielt. Ihr wollt das andere Getschus haben. Der Dash nach vorne ist einfach zu kurz von der Reichweite. Der braucht nen Buff, aus meiner Sicht. Ist der wieder links? Hä, wo ist er denn? Hat der aufgegeben? Steht der beim Spawn? Die Krabbe? Ne, vorne. Na gut. So relativ gewonnen, aus meiner Sicht. Die Gegner kommen überhaupt nicht mehr in den Kreis. Die Krabbe ist noch Stufe 1. In der Stufe 1 ist er ja der schlechteste Brawler im gesamten Spiel. Der ist nicht einmal besser geworden. Ja, natürlich. Entschuldigung. Kommt jetzt, schuldiger Sieg. Kommt jetzt, schuldig. Mein Bart juckt. Von mir aus noch ne Runde mit den Leuten. Das war cool. Von mir aus noch ne Runde. Die wollen nicht, oder? Du bist Deinemike will nicht und Deinemike war eigentlich der krasse in der Runde. Und ja, ich liege hier quasi fast. Das ist einfach bequemer. Mein Call fürs nächste Update. Es kommt ein neuer Modus. Coldzone. Wie würde ein Modus funktionieren, der Coldzone heißt? Dein Team beginnt mit einem Kreis und die Gegner beginnen auch mit einem Kreis. Und je länger Gegner in deinem Kreis drinstehen, verliert dein Kreis Prozente. Und das Ziel ist es, die Prozente von den Gegnern auf 0 zu setzen. Coldzone. Du musst in den Kreis der Gegner gehen und das nach unten setzen. Ne, das ist sogar ein cooler Modus eigentlich. Warum haben wir das nicht? Ich hätte gerne den Modus Coldzone. Zwei Kreise. Beginnen bei 100. Quasi 100 Leben. Und wenn du drinstehst, kommen Gegnern und verlieren die Prozente. Du kannst den eigenen Kreis nicht hochheilen. Ey, das wäre cool. Muss ich mal Supercell pitchen. Ich bin jetzt ja Supercell Partner Stufe 1. Ich habe keinen Greater Code, aber ich bin da. Ich pitch dir mal das. Kriege ich bestimmt direkt Greater Code. Weil die werden nicht sagen, ey, Hotzone, Coldzone, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Die werden sagen, oh, das ist eine Idee, die wird uns eine Milliarde Dollar machen. Hier, Bador. Nehmen Sie mindestens 300.000 Euro. Das wäre ein schlechter Deal. Wenn die eine Milliarde mitmachen, hätte ich gerne mehr als 300.000. Wenn es meine Idee ist. Ich habe auch kaum die Mitte übernommen. Ich glaube, sicherlich außerhalb der Mitte. Jetzt haben wir mal ein bisschen Mitte. Mac aber auch sehr stark in diesem das muss man auch sagen. Jetzt haben wir noch einen Jessie Spawner. Ich weiß nicht. Jessie Geschütz. Was jetzt nochmal geboostet ist. Tod, nice. Ich regeneriere auch nicht. Ich halte einfach Gegner auf Zustand. Das ist so gerade mein Leben. Keine Zeit für Klärung. Keine Zeit für Regeneration. Ein bisschen. Ah, das war scheiß AIM von mir. Ich glaube, wir verlieren das. Ich bin nur gestorben. Wäre ich denn nicht gestorben? Vielleicht wäre es eine andere Geschichte gewesen. So, Spawner nach vorne. Ist der vielleicht ein paar Schüsse ablockt? Wäre ich verloren. My Bad. Was heißt My Bad? Aber ich hätte das besser ausspielen können. Ich sage einfach My Bad. Aber ich habe 60.000 Schaden gemacht. Das ist okay. Aber es geht ja nicht darum, wer macht viel Schaden. Weil die Gegner haben viel weniger Schaden gemacht. Weil aber einfach mehr in der Mitte. Ich hätte ein bisschen mehr in der Mitte stehen können. Ich habe ja überall schon mal gewonnen. Juwelenjagd ist ein bisschen unterrepräsentiert. Aber ich weiß halt, dass Juwelenjagd unbeliebt ist. Und dann will ich nicht so viel zeigen. Gut, Duell ist auch eher unbeliebt. Aber Rip Ehren heißt einer. Jo, das ist ein Win. Ich fühle das. Es liegt in der Luft. Ein Win liegt in der Luft. Ich kann sogar noch weiter hinten platzieren. Aber ich will auch natürlich jetzt nicht ganz nach hinten rennen. Jannett hat ein Problem. Nämlich meinen kleinen Roboter. Sie fliegt sogar. Stehen bleiben und bieten. Wenn du stehen bleibst, kassierst du in der Regel nur einen Hit. Wenn Jannett fliegt. Wenn du rennst, rennst du ja ganz oft noch mit der Explosion und mit den Schüssen mit. Und dann kassierst du manchmal ein bisschen mehr. Aber wenn du stehen bleibst, ein Hit nur. Oh, nice. So, der Spawner. Ist wie ein neues Leben. Lalalala. So. Okay. Ich habe aus meiner Sicht nicht viel gemacht. Was sagt die Statistik? Die Statistik gibt mir nicht recht. Ich habe am meisten Schaden und ich habe am meisten Kills gemacht. Er hat sich nicht so angefühlt, ehrlich gesagt. Wollen noch mal. Ich gehe nochmal neu. Nummer 9. Also übrigens ein Basketballtrikot. So. Ich mag Basketball. Ist cool. Deutschland hat ja auch aktuell bei den Olympischen Spielen. Haben die glaube ich gestern gewonnen. Wenn ich mich nicht vertue. Der ist jetzt im gegnerischen Team. Lol. Die Tara und die 8-Bit sind jetzt im gegnerischen Team. Die waren gerade bei mir. Das ist lustig. Okay. Das ist eine Storyline, die ich unterstütze. Können wir jetzt gucken, ob die mich getragen haben oder ob ich selber auch ein bisschen was geleistet habe. Lustig. Okay. Je weiter der Spawner wegsteht, desto länger braucht der Pinke natürlich auch. Bis er nach vorne kommt, um da ein bisschen Stress zu machen. Ja, nett auch. Ist das hier nett von eben auch? Haben wir eine komplette Spiegelrunde? Also ich bin gespiegelt. Nein, ich kann nicht. Das ist einfach ein 8-Bit. Der ist jetzt der 8-Bit. Sorry. Da kommen wir nicht hin. Die müssen wir liegen lassen. Die müssen wir liegen lassen. Aus meiner Sicht killen müssen die Tara. Keine Hate. Der moved nicht. What? Ah, ich hab den Spawner anders beschwören sollen. Okay. Weil den Spawner kannst du auch als Schutzschild benutzen. Ich würde aber doch die Überhauptung aufstellen, dass die Teammates gerade besser waren, als die Teammates ich jetzt habe. Ist immer so ein Call, den ich mal einfach in die Welt setzen möchte. Ja, hätte ich mal mit denen weitergespielt, ne? Hätte ich mal mit denen weitergespielt. Also, relativ sicher habe ich trotzdem am meisten Schaden aus meinem Team gemacht. Aber davon kannst du dir halt nichts kaufen, ne? Ja, cool. Cool, 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 cool. Habe ich gar nicht. Ich habe am zweitmeisten Schaden gemacht. Ich finde es interessant, dass Barry der schlechteste aus meinem Team war. Weil Barry ist doch so ein overpowereder Brawler. Es ist doch so gratis. Ich frage mal die da oben an, ob ich joinen kann. Ich weiß nicht, auf was für eine Missionen die sind. Haben die ein Privatduell? Kommen wir in den Privat-Treat? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Das sind, glaube ich, Leute aus meinem Club, ne? Ja, das sind Leute aus meinem Club. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier gefangen bin, Kopfgeldjagd. Privates Kopfgeldjagd. Wollen die mit Bino spielen? Das geht leider nicht. Sorry, ich habe eine Mission. Nochmal. Ein anderer Spieler hat den Text schon stumm geschaltet. Okay. Ist Mr. P überhaupt ansatzweise sehr gut im Kopfgeldjagd? Ich meine, ich kann nichts anderes spielen. Ich warte jetzt noch 10 Sekunden, bis die bereit sind. Und wenn das nichts wird... Gut, die wollen wahrscheinlich mit ihren Freunden spielen. Ich habe mich jetzt hier einfach reingemogelt. Okay, okay, gut. Sorry. Da gab es bestimmt einen Sechsten in der Freundesgruppe, der jetzt nicht reingekommen ist. Ich habe mir einfach den Platz weggenommen. Sorry, ich mache ihn nur für eine Runde. Dann bin ich gleich wieder weg. Die haben auch wirklich... Die wollten eine Dynamike-Runde haben. Das war so Mr. P. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber ich... Ja, sorry, sorry, sorry. Aber ich brauche eine Variation in meinem Leben. Sorry, ich mache die Runde für die komplett kaputt. Es tut mir leid. Aber es ist nur eine Runde. Danach könnt ihr ja wieder eure 8-Bit-Sachen machen. Autsch. Okay, man Spawner wird die, glaube ich, auch so nerven. Okay. Oder generell mein Angriff ist, glaube ich, nervig. Okay. Au! Krass Explosion. Einfach ein Double Kill. Einfach ein krasser Double Kill. Kann man machen. Noch ein Treffer. Als ob das nicht getroffen hat. Das ist über den drüber geflogen, ne? Jetzt. Spawner! Hey! Boost! Der nervt ja, glaube ich, jetzt so. Ah, ich bin so nervig. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Die wollen wirklich halt einfach mit Dynamike ein bisschen Spaß haben. Und kriegen halt so einen Trottel, der mit Mr. P reinkommt. Ich meine, wenn die was dagegen hätten, hätten die mich ja gekickt. Muss man aber kurz dazu sagen. Ja, aber ich verstehe schon das Assignment, was die hier machen wollten. Die hatten einen ganz anderen Plan, als das, was sie jetzt hier gekriegt haben. Mr. P ist auch geistkrank nervig in so einer Dynamike-Runde, ne? Boost! So. So, wir liegen hinten. Oh nein. Aber wir haben verloren. Oh nein! GG. So, jetzt könnt ihr weitermachen. Es tut mir leid. Ich mach mal kurz, äh... Ich mach mal kurz hier. Mr. P, der klatscht. Aber das ist ein Random-Testspiel. So, oder? Ich weiß, sorry. So, ähm... Ähm... Ey, das kann ich nehmen, um das Video zu füllen. Gib mir nochmal einen Knockout. Ich glaube, zwei gute Runden, die ankert sind. Und ich kann auf eine Stunde kommen. Ach, aber was ist, wenn ich nicht ganz eine Stunde hab? Was ist, wenn ich bei 55, da muss ich nochmal eine Aufnahme starten? Die Zeit ist auch generell heute so gegen mich, ne? Wenn du zusammenbleibst, kann die Katze nichts... Die kann gar nichts. So, da... Den Spawner gar nicht machen müssen. Ich wollte auch nur sicher gehen. Wenn du zusammenbleibst, ist die Katze sinnlos. Dann kann die gar nichts. Kann die ein bisschen springen, aber nicht viel Schaden machen. Boah. Ich hab mir, glaub ich, auch... Uuuuuh... Ich hab jetzt vorne noch rausgelegt, bevor ich gestorben bin. Das ist wichtig. Weil jetzt hab ich noch... Okay. Trotzdem, ey. Der ist immer noch da. Der tankt ein bisschen. Und dadurch hat mein Team ein bisschen Druck machen können. Ey. Ist gut. Kann man machen. Kann man rauszuholen. Das war jetzt aber safe nicht genug, um das Video auch nur länger als eine Minute zu machen. Knockout ist aber ganz gut für Uncut-Partien. Weil Knockout geht in der Regel recht lang. Wenn ich jetzt sage, noch 5 Partien Knockout. Aus meiner Sicht garantiert das, dass das locker noch 10 Minuten länger geht, das Video. 1,20 habe ich jetzt aufgenommen. 1,26. Sagen wir sind bei 40 Minuten. Na, das kann... Ah. Das ist so schwer eine Stunde. Keine Ahnung, wie Leute das machen. Gut, die machen halt ihre Videos komplett Uncut. Oh, gut. Die machen ihre Videos komplett Uncut, ne? Aber... Ich muss mehr Uncut machen. Wenn ich ein bisschen mehr Uncut mache, dann ist das kein Problem, auf die Stunde zu kommen. Das ist einfach meine falsche Vorstellung, davon, dass ich halt alles schneiden muss. Selbst minimale Schnitzel, ne? Das ist stupid. Ich hätte auch einfach einen Livestream machen können. Das wäre auch... Das wäre auch okay gewesen und gegangen. So. MrP-Duell habe ich aber schon mal gewonnen. Was hat übrigens die Mandy gemacht da oben? Ich hatte ja wirklich ein Privat-Duell jetzt. Sehr gut. Oh. Ähm. Die Scheiße. Das war richtig scheiße. Ist mir egal, ich habe gewonnen, aber das war richtig scheiße. Ich gehe noch ein paar Treffer, nicht mal super. Sagen noch. Ein schöner Treffer. Kein schlechter, ein schöner. Ich brauche noch nicht mehr rauskriegt, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich mir viel geholfen hätte, aber vielleicht ein bisschen. Ich meine, Byron ist ein Auto-Aim, der kann das klatschen. Okay, ich habe den einzigen Byron gefunden, der nicht Auto-Aim hat. Natürlich, okay. Aber Byron ist an sich, warum auch immer. So, das war nochmal weiter hinten. Hier einer. Jupp. Rosa, ne? Ich gehe mal nicht zu close. Ich habe ihn gespottet jetzt. Au. Okay, Charlotte. Charlotte. Das war gut für Mann, die mich da zu treffen. Hatte ich 0 auf dem Schirm. Gut. Ich hatte einen Rico. Der war 0-3 aus meinem Team. Moment, ich kann das Video auch einfach strecken. Ich kann das Video auch einfach auf eine Stunde strecken. Ich kann einfach zum Ende Dirk in die Kamera setzen und rausgehen, bis das Video eine Stunde voll ist. Es muss ja nicht Content kommen. Und dann einfach wirklich eine ganz... So wie das YouTuber früher gemacht haben. Früher musstest du die Videos ja auf, ich glaube, 8 Minuten bringen. Ne, 10 Minuten. Um extra Werbung schalten zu können. Und deswegen haben ganz viele YouTuber, so zur 2016 Zeit, einen schwarzen Streifen manchmal das Video einfach reingebracht. Um das Video länger zu machen. Das kann ich auch für eine Stunde machen. Was so ein komisches Ziel ist. Aber ich kann es theoretisch machen, wenn mir am Ende ein paar Minuten fehlen. Mache ich auch. Ich mache einfach eine Slideshow. Okay. Wenn ich noch Zeit brauche, mache ich eine Slideshow mit dem besten Mr. P-Bildern. Wie konnte nicht einer meine Schüsse treffen? Weißer Ausgewicht von mir, mein Gott. Seit ich gesagt habe, noch 5 Partien, verliere ich die nur noch. Das ist so richtig dumm, ne? Ich habe jetzt auch 90 Minuten aufgenommen. Jetzt noch 2 Runden, das ist es. Das ist eine Stunde. Äh, Brock, willst du mir mal helfen? Nein. Willst du mir nicht... Brock, Bro, warum? Kannst du mir ratzend erkennen, warum du mir nicht hilfst? Klar, du hast ein Duell gehabt, aber warum nicht? Du siehst, dass ich von 2 Gegnern angestürmt werde. Und du weißt, dass einer links im Busch ist, oben. Wenn du mir hilfst, können wir den El Primo killen. Und dann können wir zusammen den anderen killen, der dahinter ist. Warum hast du lieber ein 1 gegen 1 Duell? Dann gibst du mir ein 2 gegen 2. Also, warum? Nicht 2 gegen 2, sondern 2 gegen 1. Ich verstehe die Herangehensweise nicht. Aber bei so, ich sag mal, 30 bis 35, 40.000 Gesamt-Trophäen. Und viele Leute checken nicht, dass die halt auch mal weggehen müssen vom Gegnern. Das check ich wahrscheinlich auch noch ganz oft nicht. Aber viele Leute checken nicht, dass es klüger ist, den Teammates zu helfen, wenn der im Kampf ist. Das ist egal, ich spiele nicht. Hyper ist AFK, der eine ist instant gestorben, killt nicht einfach. Bitte Teammates, versucht die Grundprinzipien von Teamarbeit zu beherrschen. Plus, strengt euch ein bisschen an. Woran ist denn das Krokodil gestorben? Mein Tipp an YouTuber, sagt niemals sowas wie... So, jetzt noch eine Ankerpartina ist vorbei. Sagt das nicht. Sagt nie sowas wie... Okay, letzte Runde. Sagt nie irgendwas. So, Piper hat meinen Pinguin unterschätzt. Und sie ist tot. Let's go. Krokodil ist natürlich auch gestorben. Aber der hat sich auch wirklich bottig bewegt. Der hat sich so bewegt die ganze Zeit. Boom. Boom! Let's go. Gewonnen. Aber was für ein Underdog-Match soll das denn sein, wo man sich so bewegt? Und er war ja nicht mal der Underdog. Charlie war der Underdog. Um sicher zu gehen, dass wir auf eine Stunde kommen, mache ich noch kurz ein Skin-Ranking. Ich bewerte jetzt die Skins und hässlichsten nach besten. Hässlichste. Für mich der Silberskin. Ist halt einfach sehr generisch. Danach kommt für mich der hier mit der Fliege. Fliegen generell ein bisschen eklig. Auch das Spawner-Fliege finde ich nicht so super cool. Dann kommt für mich der normale Mr. P. Ist halt einfach generisch. Jean im Pinguin-Kostüm. Dann kommt für mich ehrlicherweise hier der. Der hat zwar ein paar Gimmicks, aber ich finde, der Anzug-Look ist besser. Gerade in Kombination mit seinem Titel. Der Boss passt einfach tausendmal besser. Sehr, sehr stark. Und dann würde ich sagen, ist auf Platz 1 hier der. Da bin ich extrem biased. Einfach weil der neu ist. Das ist ja einfach neu ist immer besser. Und das ist hier halt komplett am Kicken. Realistisch ist der wahrscheinlich Platz 3 oder so. Aber das Neue ist da einfach für mich ein bisschen am Carrying. Macht da einfach viel aus. Dass es eine Stunde geht. 100 Minuten habe ich jetzt aufgenommen. Wenn das nicht reicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Wer bis hierhin geguckt hat. Krass. Schön, dass du es zusehen. Creator-Code BardoYC bei Apple Games. Lass doch mal ein Abo da. Bis dahin. Und ciao. Bis dahin.